Hallo, herzlich willkommen zu unseren Geometriefilmen. Dieses Video heißt Punktsymmetrische Figuren. Ihr wisst schon, was eine Achsenspiegelung ist. Ihr kennt Achsensymmetrische Figuren. Nachher könnt ihr zeigen und erklären, was Punktsymmetrische Figuren sind. Das Video besteht aus 5 Abschnitten. 1. Nicht ganz symmetrisch. 2. Eine neue Form der Symmetrie. 3. Punktsymmetrie und Achsensymmetrie. 4. Bildpunkte durch zwei Spiegelungen. 5. Eine Drehung geht auch. 1. Nicht ganz symmetrisch. Holla, der Kreuzkönig. Herzlich willkommen. Schön und regelmäßig bist du. Aber leider, leider passt diese Symmetrieachse nicht zu dir. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Und accessories, menschen sind wege lack�ig aus. TenZ Tch Die Zensuren